Hallo Doom-Freunde und willkommen in der Hölle. Wir spielen das erste Level aus den Hell-Levels, also den Höllen-Leveln und das ist Map 21 Nirvana. Ich spiele wie immer die Playstation 3 Version in Doom Classic Complete auf Ultra Violence und ich bin mir nicht sicher, ob der Level-Namen Nirvana tatsächlich was mit der Band zu tun hat. Achtet mal auf den Anfang der Map. Achtet einfach drauf, wir sehen uns gleich im Video. Wir starten Nirvana mit einer Schrotflinte direkt vor uns und drei Imps, die sich eine Leiche anschauen. Könnt sein, könnt nicht sein, dass es was mit Nirvana zu tun hat. Die Map hier hat übrigens keine Secrets, das heißt einfach durchrennen, alles wegrotzen und gucken, dass ihr euch so gut wie möglich schlagt. Ihr habt direkt am Anfang hier zwei Teleporter von der Leiche aus gesehen, nehmen wir direkt den nebendran. Gehen nach links, töten den Specter, töten den Specter, töten den Specter, wechseln auf die Chaingun. Und killen die ganzen verfluchten Shotgunner, das sind sehr, sehr viele. Lasst euch ruhig ein bisschen Zeit, viele von der Anfangsarea kommen zu euch. Nicht so viel verschießen. Ich wechsle ein bisschen auf die Super Shotgun. Aus dem Grund, weil hier so viel Munition liegt. Oh, da, da. Junge. So, hätte besser laufen können, hätte aber auch schlechter laufen können. Ich wechsle auf die BFG. Gehe hier vor, dadurch wird eine Falle geöffnet mit vier Revenants. Ich warte, bis sie ein bisschen um die Kurve kommen. So, das hat leider nicht gereicht für alle. Wie sieht's aus mit dem Letzten? Haben wir sie alle? Ja, wir haben sie alle. Alles klar. Neben am Teleporter ist ein Schalter und der Schalter lässt die Wand hier runtergehen. Was? Keine Ahnung, für was es genau ist. Weiß nicht. Wir gehen durch den Teleporter. Legen hier alle Schalter um. Dadurch wird eine Treppe gebildet. Die unterste Stufe lässt sich runternehmen. Wir können hier hochfahren, den Rocket Launcher aufnehmen. Ich empfehle an der Stelle auch, den Rocket Launcher zu equipen. Und dann direkt unten versuchen, die Mancubi und die Imps zu killen. Was zum Glück sehr gut funktioniert hat, der linke Teleporter nämlich, bringt die Gegner wieder an den Anfang des Raumes hier unten. Und hier kann es passieren, dass sich ein Mancubus runter teleportiert, was ziemlich nervig ist. In dem Fall war es jetzt nur ein Imp. Also von daher, alles in Ordnung. Neben dem Teleporter links ist ein Schalter. Der Schalter macht den Weg zum Anfang wieder frei, wo ihr euch zu 100% Health holen könnt. Was sehr empfehlenswert für den nächsten Teleporter ist. Den Schalter hier holen wir erst später. Geht hier rein. In der Regel wartet hier schon 1, 2 oder 3 Imps auf euch, die sich hier rein teleportiert haben. Wir lassen die Wand runtergehen. Erledigen die Imps. Gehen nach hinten. Wechseln auf die Plasma-Rifle. Um die Pain-Elementals zu killen. Für den Rest nehme ich die doppelläufige Schrotwinte. Oh, da hat sich eine Lost Soul wegteleportiert. Sehr schön. Alles klar. Nimmt den gelben Schlüssel mit. Nimmt den Teleporter hier raus. Und der Schalter hier lässt die Säule hier runtergehen. Für die Megasphäre. Die hole ich aber erst später. Ich will versuchen, das Level mit so gut wie es geht 200% zu beenden. Und ich will jetzt noch schnell ein bisschen Schrotflinten-Munition sammeln. Was auch ziemlich wichtig ist. Und da das Ganze relativ gefährlich wird, was jetzt kommt, werde ich direkt vorher nochmal speichern. Ihr müsst nicht speichern unbedingt. Ich mache es einfach nur aus Sicherheitsgründen, weil ich das Level nicht 5 mal aufnehmen will. Und sobald ich gespeichert habe, gehen wir hier rein. So, in diesem Raum. Oh Gott, oh Gott. Direkt wieder zurück teleportiert. Versuche ich mich um ein paar Gegner von hier unten zu kümmern. Nehme den Radiation Suit auf. Da vorne ist eine Unverwundbarkeit. Die will ich aber erst später einsetzen. Ihr könnt sie auch theoretisch jetzt einsetzen. Ich nehme sie für später. Und ich bin relativ langsam. Alle Säulen, die ihr hier seht, lassen sich nach unten beamen. Nicht alle, fast alle. Na. Na. Na also. Konzentration. Da hinten sind noch Imps. Einer. Und eine Rakete. So, sieht bisher aber ganz gut aus. Ich nehme mir den nächsten Radiation Suit. Gehe hier hoch, sammle den blauen Schlüssel ein. Nimm die Rakete hier noch mit. Nimm die Rakete mit. Nehme die Unverwundbarkeit. Und gehe zurück an den Anfang. Equipped mit dem Rocket Launcher. Gehe ich hier um die Ecke. Töte die ganzen Chang'e. Und gehe hier auf die Imps. Haben wir sie alle? Ne, da ist noch einer. Ist ja klar. Der Schalter hier bewirkt, dass die Plattform hier runter geht. Ihr kriegt den letzten Schlüssel der Map. Ich nehme diesen Radiation Suit nochmal mit. So. Versuche hier oben noch auf die Plattform zu kommen für die Raketen. Ah, das funktioniert nicht. Scheiße. Vielleicht durch den Strafe Run? Ne. Ne, wir schalten noch den Suit hier mit. Und mache es auf die einfache Art und Weise. Zack, zack. Raketen eingepackt. Und es hat alles funktioniert, wie ich es haben wollte. Wir gehen jetzt zurück und holen das Secret, was keins ist, weil es gibt keine Secrets in der Map. Genau. Ich lege den Schalter um, laufe dann rückwärts, teleportiere, laufe schnell vorwärts, nehme die Megasphäre mit und damit haben wir im Großen und Ganzen das Level jetzt abgeschlossen. Gehen wieder zurück. Zap, zap, zap. Es hört sich nicht so an, als würde es noch Gegner geben. machen alle Türen hier auf, gehen durch den Teleporter, durch den hier und die Map ist erledigt. 100% Items, 100% Kills und theoretisch auch 100% Secrets, aber es gibt keine Secrets. Ist halt so. Die Map gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, euch hat sie auch sehr gut gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und ich bin froh, dass ich für die nächste Map 200% habe, weil die wird asozial. Freut euch auf die nächste Map und danke fürs Einschalten. Ciao!